Diese Worte sind sichtlos bedeutungslose Poesie. Es sind die Worte der Freiheit und Gerechtigkeit, die uns dazu inspiriert haben, die Zitadelle zu bauen. Das war's dann. Es ist nichts. Hemdric ist per Computer mit seinen Anhängern überall im Land verbunden. Nach einem bestimmten System haben sich seine Bannen abends bei ihm telefonisch zu melden. Und er ruft dann diejenigen zurück, die er aktivieren will. Warum hören wir ihn nicht einfach ab? Alle Nummern, die er anruft, sind verschlüsselt und ankommende Gespräche können wir nicht zurückverfolgen. Eine Nation steht vor der Katastrophe. Ein Wahnsinniger beginnt seinen Kampf gegen die US-Regierung. Geheim, präzise und tödlich in Red Scorpion 2. Protestmärsche, Unruhen, Aktionen zivilen Ungehorsam sind so weit. Und dafür überführt viel in den Medien. Der Kampf beginnt. Das Action-Abenteuer der Superlative Red Scorpion 2. Sofort springen! Willkommen, Mr. Stone. Knall ihn ab, Nick! Weg damit, sonst stirbt sie! Wir haben endgültig genug. Abgesehen davon, wart ihr nie hier. Den haben wir jetzt gezeigt, was? Red Scorpion 2, das Action-Spektakel. Red Scorpion 2, der Speer des Schicksals.